Da habt ihr mich wieder verarscht, ne? Kürze, fertig, los! Das macht ja Sinn. Ich habe nie so einen Siegesdrang hier gerade. Opa! Zählt doch gar nicht. Zählt auch. Ich habe gewonnen. Nein, 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 nein. Okay, jetzt aber. Wie kann man so ein Tag-Team sein? Du machst Fischfutter, was war das? Ja, das Spiel gefällt mir nicht. Oh, das ist ein Partner. Das ist ein Partner von uns. Das Spiel gefällt mir nicht. Nein? Ich glaube, ich würde es mir kaufen. Das ist ein geiles Spiel. Das ist für dich zu stressig, ne? Auf das letzte. Herzlich. Ey, das ist ne... Öp, öp. Öp, öp, öp. Ey, aus. Bei, Junge, wir brauchen bei, Junge. Danke. Ey, was ist das denn für den... Ich glaube, ich habe gerade mal ein bisschen geflucht. Willst du ausschneiden? Ey. Ja, hat gemacht. Das ist doch mein Spiel. Akzeptiert. Super Winner. Ja. Ja. Check, check. Ah, das ist doch mein... Das finde ich geil. Ja, ja. Jetzt wird es mal richtig spannend. Warte. Ich muss jetzt mal überlegen. Ich habe morgen beim Fiebermessen 85 Grad. Ich auch ungefähr. Ich auch. Achso, wer fängt denn an? Dann kriege ich noch einen Schwung. Okay. Warte. Okay. Ich habe dich. Stop, stop, stop. Warte nochmal. Okay, ich habe dich. Check, check, check. Warte nochmal. Okay. Check, check. Warte, was machst du? Check, check. Ah. Ich hab dich. Soll ich anfangen? Ich war in dir. Weil du hast ja gewonnen? Oder willst du anfangen? Weil du hast gewonnen? Nein, du gewinnst. Äh, du fängst an. Ja? Was hab ich denn? Du gewinnst. Ja, okay. Ich weiß, was du jetzt machst. Was machst du jetzt im Feder? Ja? Wieso machst du nichts? Ich muss überlegen, welchen Zahn ich runterdrücke. Ich glaube, ich nehme den Backenzahn. Weil eben war das. Boah. Ich dachte, der kommt wieder. Okay. Ok. Ok. Okudil, komm. Schnapp zu da. Schnapp zu. Oh, jetzt hat's Angst. Ei, ei, ei. Hab ich zwei gedrückt? Ich glaube, der hat zwei runtergedrückt. Doch, doch, doch. Das zählt nicht. Doch, doch. Was? Die beiden waren ja beide noch oben. Ich weiß ganz genau. Nein, stopp. Ich weiß ganz genau, was du jetzt machst. Nein, weil wir hatten die beiden weg. Und dann hatten wir die beiden Backenzähne. Und dann habe ich den runtergedrückt. Und dann waren die beiden oben. Ich möchte ein VAR. Ich glaube auch, ich habe zwei runtergedrückt. Muss ich echt mal sagen. Scheiße. Ja, weil der cheatet. Egal. Nochmal. Ich bin einfach zu stark. Nein. Bist du auf 5 oder 3? Bist du auf 5 oder 3? Bist du auf 5? Wer hat erst dreimal gewonnen hat. Bist du auf 5? Nächste Runde. Verlierer darf bestimmen, oder? Ja. Ja, du fängst ab. Okay. Ich nehme den. Ah. Schnapp zu, Junge. Schnapp zu da. Ah. Stopp zu. Ah. Scheiße. Der war vor zwei Runden. Also ist er jetzt, finde ich, nochmal. Jetzt. Gut. Das ist auch eine Kamera. Was ist denn los? Ich finde, das Spiel ist doch scheiße. Ähm, ich fang an. Du fängst an? Ja. 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 Mhm. Dann wollte ich wieder zu cool sein. Schnappi. Du bist. Wenn ich jetzt gewinne, bist du vorbei. Ja, aber den ersten Punkt müssen wir nochmal. Ne? Zack. Ja. Das war ein Test der Fall, oder? Ne. Muss sein. Auch mal. Ja. 2-0. Haben wir noch ein Spiel, oder? Wir machen einen neutralen Ball. Ich habe eine richtig geile Idee. Von der Kameraeinstellung machen wir das schön wie beim Quidditch. Wir lassen den einfach fallen. So. Jetzt können wir loslegen. Ja. Er landet natürlich bei mir. Ist okay. Boah. Angetreten der Ball. Ja. Er hat verloren. 1-0. Oh. Okay. Nee. Der war drin. Zählt nicht. Nee. 1-1. Oh. 2-1. Nein, nein. Guck, ich bin ja da. Das zählt aber nicht, ne? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Oh. 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 Siehst du das, wie ich mit dir spiele? Nur um dann zuzustechen. Oh. Haben wir einen erreicht. Ja. Digga, du sagst, wenn du zwei dran hast, ist es vorbei, ne? Achso. Ja. 2-1. Ich dachte, wenn du schon eins dran hattest. Ich sag's doch. Ich hab das dann. Das war eine Verarschung. Krass. Ja. Ich bin schon begabt, wenn ich nicht spielen. Ja. Klar. Klar. Haha, gut? Ja, alles gut. Boah, der war stark. Der war stark. Mhm. Gratuliere. Okay. Das ist der Daumen, wenn's gut läuft. Ich muss mal Akrimas spielen jetzt. Komm. Der begräbt sich hier noch selber. Der Emrejan. Mein Ball. Ja, sorry. Emrejan. Verarscht. Hält das Ding mal fest hier. Ja, ja. Ja. Ich brauch mehr Emotionen, ja. Oh. Hey, das dreht mich so auf, wer das erfunden hat, dass man da rein... Krass. Da hab ich vier Tore, glaub ich, wohlgemacht, dass ich da reinkomme. Ja, vor allem, ich steh ganz kurz vorm 3-3. Boah, ich will fast wieder rein. Oh. Da schlägt mich keiner drin. In dem Ding. Ja. Warte. Okay. Ich muss anfangen, oder du? Ja. Ähm. Du. Ich komm. Draus sind fast die Zähne raussahe. Ah je. Meinst du der oder der? Ich komm. Das ist krank. Da habt ihr mich wieder verarscht, ne? Obwohl ich zwei Spiele gewonnen hab, Alter. Hab ich wieder verloren. Wie geht das? Macht einfach unentschieden. Läuft. Aber ich kathol dir trotzdem zum Unentschieden, oder was du da hast. Ja. Ja. Ich komm. Ja. Ich komm. Vielen Dank.